Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Heute mal wieder mit einem neuen Kaffee und Krypto. Wir haben heute CryptoTaz mit dabei, beziehungsweise Phil. Freut mich auf jeden Fall, dass du Zeit hast. Wie geht's dir? Freut mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Heute ist es zum Glück nicht ganz so warm in Berlin. 22 Grad, da kann ich mit sehr, sehr gut leben und ich bin schon gespannt, was du für Fragen stellen wirst. Sehr gerne. Freut mich auf jeden Fall, dass es dir gut geht. Und ja, wir haben auf jeden Fall acht Fragen vorbereitet. Auch ein paar, die wir so noch nicht dabei hatten. Seid auf jeden Fall gespannt. Natürlich für alle, die das Ganze unterstützen wollen, lasst sehr, sehr gerne ein Däumchen hoch da. Und würde sagen, fang an mit der ersten Frage. Kommen wir als erstes zu deinen, ich sag mal, Favorite Coins. Also, ich meine, jeder hat ja immer so ein, zwei, drei Coins, wo er sagt, okay, da schwöre ich drauf, der geht in Zukunft ab. Was sind so deine drei All-Time-Favorite-Kryptos? Mhm. Also, bei mir ist es so, dass ich ganz initial, wie wahrscheinlich die meisten von uns, erst einmal mit dem Thema Bitcoin begonnen haben. Irgendwie ist das meiner Wahrnehmung nach so das Thema, mit dem irgendwie jeder startet. Das ist medial am größten. Und ich habe 2017 mit dem Thema Bitcoin eben begonnen und habe seitdem eben auch immer noch Anteile im Portfolio. Also, einfach aus den genannten Gründen die höchste Sichtbarkeit. Jetzt bekommen wir es gerade mit, das Thema BlackRock Fidelity, dieses Spot-ETF-Thema wird gerade sehr, sehr heiß gekocht. Und meiner Ansicht nach ist das eben so das nachhaltigste, sicherste, risikoärmste quasi, was man erstmal machen kann. Deswegen behalte ich meine Bitcoin-Bestände einfach und baue die immer noch langsam mit auf. Wobei wir natürlich ehrlicherweise nicht mehr von einem mal, weiß ich nicht, 100 oder sowas ausgehen können. So unrealistisch, glaube ich, kann man nicht sein bei dem ganzen Thema. Aber das ist auf jeden Fall quasi Position 1. Dann würde ich Quant nennen. Quant ist, wenn es um meine Positionsgröße geht, tatsächlich meine größte Position, die ich halte. Einfach aus den Gründen Interoperatibilität, weil es keine Konkurrenz dazu, meiner Ansicht nach, bisher gibt. Weil die an dem Thema CBDCs dran sind, sich mit dem Thema ISO 2022 beschäftigen. All diese ganzen Sachen, eine geringe Umlaufmenge. Dieses System, dass quasi Bestände dann weggelockt werden, aus der Circulation Supply quasi temporär verschwinden und so. Das sind alles so Argumente, die für ein Investment sprechen. Und damit verbinde ich eben auch eine Menge Potenzial, vor allem, weil wir sehr, sehr günstig gerade sind im Vergleich zu dem All-Time-High. Also alleine jetzt ist ja schon mal vier quasi drin bis zum alten All-Time-High. Deswegen habe ich dann eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Und dann, ja, auch leider ein bisschen konservativ wahrscheinlich, habe ich einfach ETH noch im Kopf. Das liegt aber vor allem an den Anwendungsfällen, die quasi dahinter stecken. Also für mich ist das halt klar neben dem Bitcoin der geläufigste Begriff, den man so im Kopf hat. Dann genau kommen die Anwendungsfälle Smart Contracts. Dann haben wir natürlich den Bereich DeFi mit dieser ganzen Kreditvergabe, dezentrale Börsen, Liquiditätsverteilung und so weiter. Also da gibt es eine Menge Anwendungsfälle, die bereits jetzt laufen und mit denen ich eben auch eine Menge Potenzial eben verbinde. Weil am Ende, in dem Moment, wo zum Beispiel im Smart Contract Umfeld, im DeFi Umfeld oder auch im NFT Umfeld eine Menge Kapital sich bewegt, hat das eben auch zwangsläufig Auswirkungen auf den ETH-Preis. Und auch, ja, deswegen halte ich einfach, weil das so ein No-Brainer ist, habe ich so das Gefühl, eben auch ETH-Bestände. Absolut. Also mit Ethereum meiner Meinung nach kann man auch nichts falsch machen, mit Bitcoin sowieso nicht. Bei Quant, klar, halte ich auch. Also ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch bei Quant, weil ich halt auch, was heißt konservativ, ich bin auch ein Risikotyp, so ist es nicht, aber bei Quant fehlt mir so ein bisschen, ja, so der, ja, so einfach noch die Erfahrung, sage ich jetzt mal, oder einfach so ein bisschen mehr Laufzeit, um ein bisschen mehr sehen zu können, dass mir so ein bisschen von der Sicherheit halt fehlt. Aber ich habe so auch ein Portfolio, also ich finde es mega spannend, so und ich sehe da auch extrem viel Potenzial, aber ich würde es jetzt nicht halt so als safe oder so abtun, aber würdest du ja wahrscheinlich auch nicht, ne? Genau, also im Vergleich zu Bitcoin und ETH ist natürlich Quant deutlich risikoreicher. Was ich mir dabei aber eben auch immer bewusst mache, ist, warum sollte zum Beispiel UK, also die Regierung aus Großbritannien, mit einem Unternehmen wie Quant eben zusammenarbeiten, wenn nicht irgendwo Know-how quasi vorhanden wäre in Bezug auf CBDCs zum Beispiel. Natürlich brauchen wir da auch erstmal den Anwendungsfall, das muss integriert werden, das muss alles funktionieren. Dann hat das eben im besten Fall Auswirkungen auf das Investment selber, aber genau wie du sagst, ist halt das risikoreicher als die anderen beiden Coins, die ich genannt habe. Ja, aber safe Potenzial, also ich bin echt gespannt, was nächsten Bullrun auch, also generell jetzt auch mit Quant passiert, aber schauen wir mal, auf jeden Fall drei spannende Coins. Ich meine, du hast jetzt von den drei nicht Ripple XRP genannt, ich habe nur gesehen, du beschäftigst dich auch ein bisschen damit. Absolut. Ja, bist du Fan von XRP? Also ich bin Fan von Hertha zum Beispiel, ja, jetzt in der zweiten Bundesliga. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Fan von XRP bin, aber ich beschäftige mich sehr gerne natürlich damit. Aber ich hatte ja nur drei quasi zur Auswahl, deswegen dachte ich, ich fange erstmal konventionell an. Ja, XRP ist natürlich super spannend, klar. Also wie alle anderen Projekte auch, technologisch natürlich, ich glaube, da kennst du dich genauso gut aus. Und ich verfolge natürlich vor allem dieses Verfahren immer noch, wie wir alle seit 2020. Jedes Jahr gibt es irgendwie Informationen, dass es dann eben enden könnte und irgendwie ist immer noch nichts passiert. Meiner Ansicht nach wird Ripple das Verfahren gegen die SEC zwangsläufig gewinnen. Das habe ich so im Gefühl. Jetzt könnten wir über Argumentationen und so weiter sprechen. Aber in dem Moment, wo eben die ganzen Big Player in den Markt kommen, wird das halt zwangsläufig dazu kommen, dass die SEC meiner Ansicht nach einlenken muss. Wobei man natürlich aber auch dabei nicht vergessen darf, dass ja dieses Verfahren vor allem in den USA geführt wird und nur Auswirkungen auf den Markt in den USA hat und sich international gar nicht auswirken kann. Also sicherlich gibt es Länder, die darauf gucken, was da irgendwie entschieden worden ist. Aber Ripple positioniert sich ja international weiterhin, arbeitet mit Banken zusammen, baut diese ganzen Zahlungskorridore und so weiter. Also da sind sie ja aktiv dabei. Das interessiert die gefühlt gar nicht, obwohl das natürlich ein wichtiger Meilenstein wäre, wenn es eine positive Entscheidung gibt, um quasi das Thema Regulation in dem Land dann quasi noch weiter nach vorne zu bringen. Ja, also habe ich definitiv auch im Portfolio, ist aber vom Anteil her kleiner als die ersten drei genannten Coins. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aktuell halt, ja, schwierig zu sagen, wann das Ganze endet etc. Ja. Ja, so wie du es schon sagst, klar. Ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, Amerika ist auch ein Riesenmarkt. Das wäre natürlich schon nochmal, was preistechnisch dann auch angeht, natürlich schon ein krasser Vorteil. Und ich denke auch, wie du, dass das Ganze durchgeht. Weil ich meine, wenn du dir jetzt mal so den ganzen Verlauf vom Verfahren etc. anschaust, wie viele Fehler gemacht wurden, was teilweise auch für schwachsinnige Dinge von der SEC oder auch von unserem Freund Gary getätigt wurden, ausgesagt wurden, ist halt teilweise völlig, völlig daneben. Und ich glaube, die Richterin hat da irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, beziehungsweise sollte das ja auch kapieren. Und wenn man dann noch schaut, wer im Hintergrund teilweise bei XRP alles investiert ist, ich meine, das sind Riesenfinanzkonzerne, die natürlich dementsprechend auch eine riesige Macht haben. Und ich denke nicht, dass die das untergehen lassen in ihrem Land sozusagen. Aber schauen wir mal, also bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin auf jeden Fall, ja, was heißt XRP-Fan, ja, du hast gesagt Hertha-Fan. Ich bin SC Freiburg-Fan, ja, das stimmt. Aber sagen wir mal, XRP ist sympathisant, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, irgendwann muss ja Torres auch eine Entscheidung treffen. Also sie können ja nicht alle Fristen permanent auslaufen lassen. Auch die SEC als Behörde muss sich natürlich an geltendes Recht in dem Land halten. Und wie du schon sagst, die haben ja eine Menge, ja, Quatsch da irgendwie kommuniziert, gerade Hinman, der öffentlich irgendwie ETH nicht als Wertpapier einstuft, aber jetzt die SEC entscheidet, dass XRP ein Wertpapier sein soll. Und parallel dann sich irgendwie von Vitalik Buterin noch erklären lässt, warum ETH eigentlich gar kein Wertpapier ist, was irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Das ist ja Manipulation auf der höchsten Ebene. Also, ja, es ist absolut fragwürdig, was die da veranstaltet haben. Ja, komplett. Aber gut, ich meine, preistechnisch können wir trotzdem kurz mal einlenken. Was denkst du? Ich meine, viele spekulieren ja auch, du, wir sehen 100 Dollar nächsten Bullrun und sonst was für Raketenprognosen. Aber bleiben wir mal realistisch. Ich meine, was denkst du nächsten Bullrun? Und was könnte gehen, wenn vielleicht dann auch die Klage mal durch ist oder so? Ja, die Klage kann meiner Ansicht nach nur temporär den Preis beflügeln. Ich denke, das wird halt so eine Erwartungshaltungsgeschichte, also FOMO sein. Und ich glaube, dann gibt es halt noch mal einen Zurücksetzer. Ich persönlich kalkuliere immer noch mit wahrscheinlich auch konservativen 10 Dollar, die ich so im Blick habe. Ich kenne genauso die Prognosen, die dann irgendwie bei 589 Dollar stehen und so weiter. Das halte ich für absolut unrealistisch. Alleine von der Marktkapitalisierung würde das nicht funktionieren. Jedenfalls mit dem aktuellen Konstrukt, so wie es gerade besteht. Ich denke, damit würde ich mich sehr, sehr wohlfühlen. Erstens würde mein Portfolio sich freuen, also mein investiertes Geld, meine Gewinne, die ich damit habe, du sicherlich auch. Und trotzdem ist es eben nicht dieses absolut unrealistische 100 Dollar, 200 Dollar, 300 Dollar Gedenke. Wir werden es sehen, denke ich. Klar, auf jeden Fall. Also ich finde auch, man sollte schon aufpassen mit den Prognosen, wenn einer jetzt irgendwie von vierstelligen oder dreistellig reicht auch schon. Also ich meine, klar, man kann natürlich jetzt auch nicht nur auf die Marketcap schauen. Ich meine, du hast es gerade auch schon angesprochen. Das ist natürlich nicht der einzige Faktor, gerade auch, wenn man schaut, was wird damit betrieben etc. Das wird oder kann sehr, sehr groß werden. Aber ja, also 10 Dollar, ich sage auch, alles zwischen 5 und 10 Dollar ist meiner Meinung nach machbar. Nächsten Bullrun. Aber wenn dann eben einer kommt und wirklich denkt, ey, nächsten Bullrun bin ich reich, weil ich habe 1000 XRP. So ey, also kommt bitte von dem Gedanken weg. Also ist für mich völliger Schwachsinn. Also so ey, ich bin bei euch. Von mir aus in zehn Jahren kann das vielleicht mal auf 100 Dollar stehen, aber dann brauchen wir auch viel, viel Rückenwind. Aber ja, also mit etablierten Coins, sage ich mal, die wirklich schon in der Top 10 oder so stehen oder in der Top 15 stehen, da wird sowas nicht passieren. Also ich meine, Bitcoin wird ja auch nicht nächsten Bullrun bei einer Million stehen. So das macht halt rechnerisch und ja, seien faktisch einfach keinen Sinn. Aber schauen wir mal. Also auf jeden Fall spannend. 5 bis 10 Dollar. Du sagst 10 Dollar. Also halte ich auf jeden Fall für realistisch, wenn da die FOMO reinkickt. Also gerade auch, wenn du sagst, ich denke jetzt auch nicht, dass nur die Gerichtsverhandlung davon abhängig ist, dass dann der Preis oder sich, okay, es ist durch, ey, wir springen jetzt auf 50 Dollar. Aber ich denke auch, gerade so die FOMO, okay, es ist vorbei, alle zahlen eine. Das kann halt schon einen extremen Pump einfach verursachen, auch wenn wir danach dann nochmal dumpen. Aber schauen wir mal. Ich meine, alleine wenn wir dann in dem Moment schon zwei Dollar zum Beispiel auf dem Tacho hätten, dann hätten wir theoretisch von der aktuellen Position aus Nenn mal vier innerhalb von kürzester Zeit, also 400 Prozent an Rendite, was extrem hoch ist einfach im Verhältnis zu anderen Investments, die man so tätigen kann. Ich glaube, damit könnten wir auch schon sehr zufrieden sein. Absolut. Ich weiß gar nicht, warum man sich da beschwert. Natürlich muss ich sagen, 50 Dollar oder 100 Dollar, auch wenn ich die gerne höre und gerne hätte pro Coin, ist das, wie du eben gesagt hast, nicht realistisch. Also jedenfalls nicht jetzt, nicht, wenn diese Entscheidung in diesem Jahr noch getroffen werden sollte. Ja, absolut. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du hättest jetzt ein, oder was heißt du hättest, sagen wir mal, dein bester Freund gewinnt 10.000 Euro im Lotto heute. Und er redet schon seit Jahren davon. Du, du kennst dich doch aus mit Krypto. Ich will da auch mal was reinbuttern. Was würdest du zu ihm sagen? Was soll er machen? Wie soll er es aufteilen? Ja, die Frage, die sich mir dann natürlich stellt, ist, wie ist die Person, die quasi diese 10.000 Euro jetzt hat, eingestellt. Also ich persönlich bin mittlerweile sehr, sehr rational am Markt unterwegs. Es gibt dieses Emotionale überhaupt nicht mehr, durch einfach die Zeit, seitdem ich eben diesen Markt mit beobachte, investiert bin und so weiter. Und wenn er natürlich eine sehr, sehr nervöse Person ist, dann würde das halt überhaupt keinen Sinn machen, Coins mit einer stärkeren Volatilität zum Beispiel mit ins Portfolio zu nehmen. Da würde ich ihm wahrscheinlich, wenn er eben ein bisschen unerfahrener ist, vielleicht ein bisschen emotionaler ist, wahrscheinlich Bitcoin, ETH, dann eben XRP und Quant, die Coins, die wir gerade genannt haben, empfehlen. Aber ich würde trotzdem eben noch diesen Spaßfaktor, glaube ich, mit reinpacken, damit eben auch die Lernkurve hoch ist. Und da kann man dann also Meme-Coins zum Beispiel theoretisch mit reinnehmen. Ich bin kein Fan davon. Was man aber dadurch sehr, sehr stark lernt, ist, wie eben so Pump & Dump funktioniert, wie Volatilität aussehen kann. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Man kann sich ja zum Beispiel auch einfach an Ventured Capitals halten, von zum Beispiel Coinbase, die sich ja damit bestens auskennen. Die haben in der Vergangenheit so Investments getätigt oder Finanzierungsrunden unterstützt von zum Beispiel Uniswap oder Compound, um nur zwei Projekte zu nennen, die heute etablierter sind denn je, die unglaublich groß geworden sind. Und ich glaube, wenn halt genau das Wissen von Unternehmen genutzt wird, was ja zugänglich ist für uns alle, dann kann man davon auch profitieren. Und ich würde einfach wahrscheinlich so 10 Prozent des Kapitals nehmen und das in höhere, risikoreichere Coins investieren und sonst eben den Rest, die 90 Prozent, eben ein bisschen sicherer anlegen. Und ich glaube, davon hat dann mein bester Kumpel mit diesem 10.000 Euro eben den am höchsten zu erwartenden Gewinn eben in den nächsten zwei, drei Jahren. Ja, würde ich ähnlich machen. Also ich finde auch 10 Prozent, selbst wenn es Meme-Coins sind, ich meine, viele machen sich drüber lustig, aber es geht ja jetzt nicht darum, ich habe 10.000, 9.000 in Meme, sondern es geht halt darum, okay, ich habe 10.000, mache vielleicht 500 bis 1.000 in Memes, einfach, um halt nochmal diesen gewissen Risikofaktor mit drin zu haben, wo vielleicht dann wirklich mal ein X100, ein X500 oder ein X1000 passiert, auch wenn es relativ unwahrscheinlich ist, ein X1000 zu machen. Aber schauen wir mal, ich meine, Pepe ist ja auch das beste Beispiel. Was hat da einer? Deutze Dollar investiert und eine Million gemacht oder so? Ja, ich meine, Shiba hatten wir ja auch oder Doge. Und ich glaube, da kann man vielleicht auch einfach mal sich diese Accounts angucken. Ich meine, wir sind ja in diesem ETH-Umfeld komplett transparent, in Anführungsstrichen. Also wir können ja quasi einfach Whale-Watching betreiben und uns diese Personen angucken, die gerade eben dadurch, wie du schon gesagt hast, eben ein X eine Million gemacht haben gefühlt. Warum nicht einfach dann Spielgeld quasi da reinwerfen, was man bereit ist zu verlieren? Und dann, wie du sagst, trifft man vielleicht irgendwie diesen einen Coin, der dann eben wirklich exorbitant in die Höhe schießt. Aber es ist reine Spekulation, reines Glücksspiel und hat halt nichts mit nachhaltigem Investment zu tun. Absolut, ja, klar. Risiko ist riesig. Aber deswegen, wenn man es mal, ich sage mal, mit einem kleinen Side-Invest macht, mit ein bisschen Spielgeld sozusagen, warum nicht? Also ich habe auch echt viele Kollegen, die, ich sage jetzt mal, noch nicht so viel in Krypto haben. Da ist dann wiederum das Problem, die warten halt nur auf diesen Big Hit. So, ja, ich gehe jetzt in gefühlt jeden Meme-Coin mit 20 Dollar. Und das Komische ist dann halt, es war ja auch schon letzten Bulvern eben so mit Shiba und sonst was. Und dann gab es ja auch die Leute, die dann danach in jeden Meme-Coin gefühlt irgendwie einen Honi reingeballert haben oder noch mehr. Und dann war ja so ein bisschen diese Meme-Zeit sei jetzt mal vorbei. Und jetzt hatten sie quasi wieder die Schnauze voll. Und jetzt kommen dann halt wieder, weißt du, solche Knaller wie Pepe und sonst was, wo sie es dann eben nicht mehr machen. Und da wirklich den Zeitpunkt zu treffen wurde, ja, ist halt schwierig. Das muss man halt einfach so ehrlich sagen. Also deswegen lieber ein bisschen konservativer. Dafür vielleicht jetzt nicht die krasseste Rendite, aber man muss ja auch nicht im nächsten Monat reich werden. Also es geht ja erstmal darum, sich einfach ein Vermögen aufzubauen, ein bisschen Geld halt einfach auf der Seite zu haben, mit dem man dann vielleicht den nächsten Schritt machen kann. Also viele denken da, glaube ich, zu krass. Immer Millionär, ich will das. Einfach nicht so, lieber entspannt. Ich meine, mit 20.000, 30.000 kann man auch schon was starten. Ich meine, wie soll denn die Lernkurve aussehen, wenn du von heute auf morgen einfach Multimillionär geworden bist? Was kommt denn danach? Also die Wahrscheinlichkeit, dass du dann das Geld wieder verlierst, ist halt exorbitant hoch. Und deswegen bin ich auch eher ein Freund davon, kontinuierlich sehr, sehr viel dazulernen, Entscheidungen nochmal in Frage stellen und so weiter. Und dann eben das besser machen, was man falsch gemacht hat. Und ich glaube, dann kommt man sehr gut an sein Ziel und kann sich eben ein gutes Polster aufbauen, mit dem man dann alles Mögliche im Leben machen kann. Und dann ist man ja schon besser als 80 Prozent der Menschen, die eben sich gar nicht mit diesem Thema auskennen, gar keine finanzielle Bildung haben. Und wir sind ja schon quasi einen Schritt weiter. Wir sind ja schon im Cryptospace. Und eigentlich fängt die Arbeit ja davor an, dass man sich darüber bewusst wird, was man einnimmt, ausgibt, Finanzübersichten, Optimierungen, all dieser ganze Kram, der passiert ja, sollte eigentlich davor schon stattgefunden haben. Und diese Dinge sollte man meiner Ansicht nach eben auch nicht vergessen. Absolut. Und gerade auch, wie du sagst, ich meine, wenn du das Step-for-Step machst über einen langen Zeitraum, vielleicht auch über fünf, sechs, sieben Jahre, so dann ist das halt auch, also du gehst mit dem Geld anders um, weil du hast viel dafür gemacht, du hast Schweiß dafür gegeben, du hast Arbeit reingesteckt und nicht, ah, ich habe mal hier 10 Euro reingemacht, jetzt habe ich 100K. Also die hausse halt wieder raus, als wären es keine Ahnung. Also das stimmt schon. Deswegen lieber nachhaltig, ein bisschen langsamer. Ich meine, ich habe früher auch anders gedacht, aber ich bin jetzt auch mittlerweile 31 und irgendwann denkt man dann halt schon doch ein bisschen anders, weil man merkt, okay, die Sachen, die ich früher im Kopf hatte, waren vielleicht doch nicht so cool. Und so lernt man einfach dazu. Du konntest lernen, genau. Definitiv, ja, absolut. Wenn wir auch mal auf ein spannendes Thema schauen, ich meine, KI ist ja aktuell auch in aller Munde, egal ob es jetzt Chat-GPT ist, was weiß ich nicht, im Ersten oder sonst was, läuft ja irgendwie gefühlt momentan auf jedem Sender und wird darüber diskutiert, was gibt es für Vorteile, was gibt es für Nachteile. Aber es gibt natürlich auch viele Kryptowährungen in dem Bereich. Was hältst du generell von KI? Also generell glaube ich, dass KI oder AI, wie man das auch immer nennen möchte, die Zukunft sein wird, jetzt auch unabhängig vom Cryptospace. Ich glaube, dass wir diese Technologie kritisch sehen sollten, aber auf der anderen Seite wird sie vieles vereinfachen, vieles ersetzen, vieles optimieren. Und ich glaube, wir werden nicht mehr ohne in Zukunft leben können. Ich erwische mich ja selber dabei, dass ich bei meinen normalen Daily-Doings irgendwie Chat-GPT nebenbei offen habe, Fragen stelle, Antworten bekomme, weil es einfach viel, viel einfacher und effizienter ist, als bei Google die Sachen eben irgendwie über 19 verschiedene Quellen zusammenzufassen. Und wir befinden uns da noch am Anfang. Also das Thema ist ja erst gefühlt in diesem Jahr wirklich groß geworden. Und die Big Player, das bekomme ich auch aus dem Freundeskreis mit, die eben bei Konzernen wie Microsoft und so weiter arbeiten, die Infrastruktur aufbauen, die investieren halt wirklich Milliarden, um die Infrastruktur zu vergrößern, um mehr Leistung eben abrufen zu können, um das Ganze massentauglich zu machen. Also ich glaube, das wird ein fester Bestandteil in unserem Leben sein. Und wir sprechen ja noch nicht mal über den Bereich IoT, der IoT, der ja auch super viel eben Potenzial beinhaltet, auch unabhängig von Krypto, der heute noch gar nicht wirklich integriert ist, der noch gar nicht richtig funktioniert. Das ist einfach viel zu früh, dieses Thema jetzt quasi schon nutzbar quasi zu machen. Ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben kann. Ich stelle mir ja so vor, dass ich zum Beispiel mit meinem Auto zur Tankstelle fahre, tanke und dann wieder losfahre, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss, um den Bezahlprozess und so weiter eben abzuschließen. Das sind so meine ersten einfachen Gedanken und das funktioniert ja schon alleine aufgrund von Datenschutz und dem ganzen Kram nicht. Und das Thema KI und Krypto sehe ich noch ein bisschen kritisch, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Potenzial aktuell noch mit einer Menge Scam verbunden ist, dass einfach irgendwo auf irgendeiner Seite geniale Visionen stehen, die irgendwie für alle greifbar sind, weil das Thema aufgekommen ist. Aber es fühlt sich so an, als wären da eine Menge Exit-Scams und so weiter am Laufen, die ich natürlich nicht richtig halte. Und ich glaube, da sind wenige Projekte dabei, die wirklich nachhaltig sind. Und ich hoffe, dass sich über die nächste Zeit quasi Spreu vom Weizen trennen wird und wir vielleicht die richtigen und nachhaltigen Projekte, die wirklich auch Anwendung umsetzen, die wirklich an ihrer Vision arbeiten und so weiter und wirklich auch einen Use Case haben, dass die sich halt durchsetzen. Dann kann das eine spannende Geschichte sein, aber gerade die richtigen Projekte von den falschen Projekten zu unterscheiden, ich glaube, das ist eine massive komplizierte Geschichte, die da blickt gefühlt keiner so richtig durch. Überhaupt nicht. Aber ja, hätte ich jetzt nicht besser zusammenfassen können. Also sehe ich eigentlich eins zu eins genauso. Also egal, ob es jetzt auf die Krypto-Thematik ist oder generell. Also ich sehe das auch absoluter als die Zukunft. Nur man merkt schon, die Leute sind auch so ein bisschen überfordert damit. Absolut. Wo fängst du da an? Ja eben, wo fängst du da an? Und ich meine, viele sind ja auch schon, ich rede jetzt mal so ein bisschen vom älteren Publikum auch, ich meine, die tun sich ja teilweise dann auch schwer mit dem Internet. Aber jetzt mit Chat-GPT, das ist halt für die so völlig abgespaced. Und bei den Jüngeren, sage ich jetzt mal dann so wieder, sagen wir mal, was ist ich, die ganzen Kids, was ist ich, Schüler und sonst was, ich glaube, die machen dann halt gefühlt nur noch Chat-GPT. Egal, ob es Hausaufgaben sind, ob es sonst was ist, das ist dann halt schon wieder zu krass. Aber ich meine, im Endeffekt, klar, es ist was Neues, jeder will es ausprobieren. Aber ich finde das Thema mega, mega spannend. Und für mich ist es auch absolut die Zukunft. Und man kann halt, so wie du jetzt sagst, egal, ob es jetzt mit dem Tanken ist, oder du kannst ja jeden Prozess im Endeffekt so krass vereinfachen und einfach deutlich, deutlich schlauer, einfach oder smarter halt gestalten und dir das Leben dadurch einfach einfacher machen. Genau, aber natürlich dürfen wir dabei die Schattenseiten quasi auch nicht vernachlässigen. Also klar werden dadurch eine Menge Jobs wegfallen, also in vielen verschiedenen Branchen. Aber das ist sowieso so. Also ich meine, in dem Moment, wo man Technologie einsetzt, kann man sich quasi nicht mehr vor dieser Weiterentwicklung irgendwie verstecken. Also egal, ob es nun in einem produzierenden Unternehmen, das ist das dann an der Linie, anstatt irgendwie drei Leute da zu stehen, die dann diese Packungen in die Verpackung reinwerfen und das dann irgendwie zumachen und so weiter, kommen dann irgendwann nur Roboter und so weiter. Die Sachen passieren und die können wir auch nicht mehr aufhalten, genauso wie es Supermärkte in Zukunft geben wird, wo wir kein Personal mehr brauchen, keine Kassierer. Es gibt ja schon diese Selbstbedienungskassen, wo du selber zum Kassierer wirst, wo du auch schneller einfach durch die... Spennen, alles, ne? Du bist schneller, du sparst einfach Zeit, aber natürlich rationalisierst du die Arbeitsplätze und so weiter weg. Darüber muss man sich im Klaren sein. Aber ja, die Frage ist natürlich, was möchte man? Und wir sind in einem Kapitalismus letztendlich, würde ich behaupten. Und da geht es darum, Profite zu realisieren und Umsätze zu generieren. Und da werden wir nicht mehr rauskommen. Und ich persönlich sehe das sehr, sehr positiv. Aber wie gesagt, kann eben auch diese negativen Aspekte dabei gar nicht vernachlässigen. Also die sind da und die schwingen mit. Aber trotzdem bin ich eher für Technologie und für Weiterentwicklung und ja, das dann so ein bisschen diese negativen Sachen außen vor. Ja, so ist es bei mir eigentlich auch. Vor allem, weil ich mir halt auch denke, ich kann es ja eh nicht groß verhindern. Ja. So, das ist halt auch das Ding. Ich meine, wir werden uns immer weiterentwickeln, gerade auch technologisch. Und deswegen, was will ich machen? Dann nutze ich es natürlich, gerade auch, wenn ich mir da durchs Leben, sage ich jetzt mal, einfacher machen kann, auch wenn es sich jetzt egoistisch anhört. Aber mich betrifft das dann halt auch nicht, wenn ich jetzt in irgendeinem Job wäre, wo ich mir denke, okay, da werde ich jetzt bald durch einen Roboter ersetzt. Okay, dann würde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen anders drüber denken. Aber so finde ich halt persönlich, weil ich eh schon generell mich mit dem Thema halt viel auseinandergesetzt habe, das eher positiv wie negativ, safe. Absolut. So wird er einer Meinung. Absolut, ja. Würde ich auch sagen. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, was auch immer viele Fragen, die vielleicht jetzt auch gerade am Anfang sind oder vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind oder muss noch nicht mal, kann ja immer irgendwas passieren, kann auch ein Schicksalsschlag passieren und du stehst irgendwie wieder am Anfang. Was würdest du Leuten grundsätzlich raten, um irgendwie, ja, ich sage jetzt mal ein Vermögen aufzubauen, irgendwie ein Cashflow aufzubauen. Es muss jetzt nicht nur Krypto sein, weil viele, also ich kriege so viele Nachrichten immer, du hast noch Ideen, was gibt es für Sachen, was würdest du so jemandem sagen? Also, so ein bisschen habe ich das davor ja auch schon beantwortet. Also, ich würde wirklich vor dem Krypto-Thema, vor dem Investment-Thema, würde ich erst mal anfangen, mir Einnahmen anzugucken. Ich würde mir Ausgaben angucken und dann würde ich mir überlegen, wie kann ich die optimieren? Ich meine, es gibt so viele Menschen da draußen, die ihre Haftpflicht oder ihre Hausrat oder ihr Rechtsschutz und so weiter nicht anpassen. Also, indem sie einfach mit dem Versicherungsmakler sprechen und dann einfach schon 100 Euro im Jahr irgendwie einsparen durch Optimierungen. Das ist bei der Kfz-Versicherung genauso und so. Also, es soll gar nicht in die Richtung abdriften, aber es fängt erst mal damit an, dass man eine Übersicht hat, dass man dann Puffer aufbaut, also Liquidität letztendlich hat und mit dem Geld kann man dann überlegen, was man macht. Und meiner Ansicht nach ist der wahrscheinlich nachhaltigste Weg für den Großteil, die eben nicht so richtig zockerfreudig sind, eben DCA zu betreiben. Einfach eine solide Basis. Man kann ja mit 50 oder 100 Euro anfangen. Die überweist man einfach per Dauerauftrag zu einer entsprechenden Börse, die man sich ausgesucht hat und kauft dann einfach zum Beispiel einmal im Monat oder, weiß ich nicht, einmal die Woche oder so eben Bestände und baut so kontinuierlich sein eigenes Portfolio auf. Das kann ja, weiß ich nicht, 150 Euro von den 100 in Bitcoin sein und das kann man ja aufteilen, wie man möchte. Ich würde so einfach anfangen und das eben langfristig betrachten und auf der anderen Seite aber auch dafür sorgen, dass in meinem Leben eben mehr Umsatz oder mehr Geld letztendlich fließt, also dass ich quasi mehr Möglichkeiten habe und die kann ich mehr erarbeiten. Also entweder ich bilde mich halt weiter und kann an meiner eigenen Stelle irgendwie, also komme ich irgendwie weiter in meinem Beruf, wenn ich in meinem Berufsalltag bin, die Möglichkeiten bestehen grundsätzlich und das kann man auch selber machen durch Self-Study und so. Das fängt, wie gesagt, auch schon damit an, schon seine eigene Kostenübersicht zu optimieren. Man kann überlegen, ganz blöd gesagt, einfach die Pfandflasche mitzunehmen, die man da irgendwie sieht beim Vorbeigehen und damit kann man sich dann auch schon, weiß ich nicht, im Jahr vielleicht ein Profi irgendwie zusammensammeln. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und gerade in der heutigen Zeit ist es quasi nicht möglich, kein Geld zu verdienen, um das dann eben nachhaltig anzulegen. Also ja. 100 Prozent. Wenn jemand keine Idee hat, dann soll er bitte die Augen aufmachen. Das sehe ich genauso. Und gerade auch, was du jetzt nochmal angesprochen hast, finde ich auch gut, mit dem, schaut bitte mal auf eure Finanzen. Weil, also ich höre das halt, ich habe das auch schon so oft auf dem Kanal, glaube ich, gesagt, also ich habe so viele Kollegen, die quarzen wie sonst was, rauchen ohne Ende, dann am Wochenende einmal feiern muss sein und das hier noch zweimal in der Woche muss ich aber bestellen, weil ich bin zu faul zum Kochen. So, da denke ich mir halt auch, ey, du haust jeden Monat 300, 400 Euro weg und sagst, du hast kein Geld. So, und das kann halt nicht sein. Und das geht, glaube ich, sehr, sehr vielen. Vielleicht jetzt nicht bei jedem mit 300, 400, beim anderen sind es 50, beim anderen sind es 10 in der Woche. Ist ja auch egal, aber Fakt ist, es ist halt Geld, was weggeschmissen wird. Und ich finde gerade, wenn man noch nicht in der Position ist, wo man sagen kann, du, ich scheiße jetzt auf alles, sollte man halt schon definitiv gucken, vor allem, wenn man wirklich im Kopf hat, mit Krypto irgendwie Geld zu machen oder sich die ganze Zeit eh schon fragt, du, wie komme ich an Geld, was kann ich machen? Dann ist es halt das Dümmste, was du machen kannst, nicht auf deine Finanzen zu schauen und alles aus dem Fenster rauszuschmeißen. Und so fängt es halt an. Aber wie du auch gesagt hast, Education, also ja, Weiterbildung etc. ist auch extrem wichtig. Jetzt vielleicht, man muss schon schauen, wo man das macht. Ich meine, du kennst wahrscheinlich auch diese ganzen Videos immer vor YouTube mit hier und komm in die Gruppe und ich bin dein Mentor und sonst was, so was meinen wir natürlich nicht. Aber es gibt schon sehr, sehr viele coole Sachen. Also egal, um was es geht, ob es um Unternehmensaufbau geht, ob es um grundsätzlich Finanzen, Steuern. Ich meine, viele wollen ja auch ein Unternehmen machen und das alles selber dann erstmal machen, zumindest diese vorsteuerlichen Sachen, damit man es dann nur noch beim Steuerberater abgibt. Das sind ja auch Sachen, die normal Geld kosten. Das sind halt alles Sachen, die kann man sich aneignen und die sind auch wichtig, wenn du halt ein Business führst, weil sonst wirst du ja von jedem verarscht. Also das ist halt ganz, ganz wichtig. Auch Steuerberater sind nicht ohne. Also schaut da auf jeden Fall, dass ihr da einen gescheiten habt. Ich habe da schon ganz wilde Storys gehört. Also immer selber Finger drauf. Ja, absolut. Und ich meine, natürlich macht es keinen Sinn, Profi in dieser Hinsicht zu werden, zum Beispiel beim Steuerberater, aber wenigstens eine Grundbildung sich anzuhalten. Und diese ganzen Kurse, die verkaufen am Ende auch nur die Informationen, die bereits für uns alle heute öffentlich zugänglich sind. Also muss ich mich doch am Ende nur hinsetzen und anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Also mehr ist das im Kern ja nicht. Aber ich muss davor natürlich wissen, was ich möchte. Also ziellos quasi loszulaufen macht natürlich wenig Sinn, sondern man sollte sich schon Gedanken darüber machen, was man dann in Zukunft eigentlich erreichen möchte, um dadurch quasi in so einem intrinsischen Impuls oder durch den intrinsischen Impuls quasi seine Ziele auch verfolgen zu können. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir ins Fitnessstudio gehen. Um ins Fitnessstudio zu gehen, dann werden wir keine Erfolge erzielen. Wenn wir aber ein Ziel haben und sagen, wir wollen irgendwann, weiß ich nicht, ein Sixpack haben und einen 40er Bizeps oder sowas, dann werden wir die Ziele erreichen, weil wir das ja vor Augen haben, was wir erreichen wollen. Und das ist ja im Finanzumfeld genauso. Also nur reich zu werden, ist halt kein Ziel. Das ist kein smartes Ziel, sondern das smarte Ziel ist dann zu sagen, ich will dann vielleicht in Zukunft ein Haus haben mit meiner Familie zusammen und dafür brauche ich, weiß ich nicht, 800.000 Euro und das ist jetzt mein Ziel und das erreiche ich, indem ich und dann überlege ich halt, was ich mache. Safe. Wirklich diese, nicht nur ein Grundziel, ich will jetzt Millionär werden, sondern halt wirklich diese, also die genauen Ziele, halt einfach. Was willst du genau haben? Was willst du dir genau gönnen? Wo willst du genau stehen? In welcher Zeit willst du das schaffen? Was brauche ich dafür? Was muss ich dafür machen? Ist es realistisch? Ist es nicht realistisch? Wobei, realistisch ist es erstmal zweitrangig. Absolut. Also ich habe auch immer sehr, sehr, also wenn du jetzt meine Kollegen fragst, ein bisschen groß, größer gedacht wie jetzt der andere vielleicht, aber das ist schon sehr, sehr wichtig, weil, also ich meine, wir sind halt hier in Deutschland, macht euch nichts vor, wenn euch da einer auslacht, weil er sagt, ihr wollt zehnfacher Millionär werden, so dann, ja, so dann lacht halt auch, also ich meine, wer das schon belächelt, so der wird halt niemals zehnfacher Millionär, das ist halt einfach Fakt. Also wenn ich mich jedes Mal, ich sage jetzt mal, beeindrucken lassen hätte von einem Lachen oder von einem, ja das schaffst du nicht, ja dann wäre jetzt irgendwo unter der Brücke und würde Pfandflaschen sammeln. So, gefühlt, also deswegen, lasst euch nicht unterkriegen und macht einfach euer Ding, also solange es nichts Kriminelles, Illegales ist, so zieht durch, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich meine, gut, jetzt sind wir auch wieder ein bisschen, ein bisschen abgedriftet, aber ist auf jeden Fall ein cooler Talk. Wir können ja nochmal auf verschiedene Coins eingehen, so preistechnisch. Schauen wir vielleicht nochmal auf, ich meine deine zwei Favoriten auch, Bitcoin, Ethereum. Was denkst du, weil viele jetzt da so ein bisschen spekulieren, ah, jetzt kommt nochmal ein Dump, sage ich jetzt mal, die Kurse fallen jetzt nochmal, es kam jetzt irgendwie wieder ein, zwei News, die alle schockiert haben. Viele sagen aber, jetzt startet der Bullrun nächsten Monat. Ich meine, was denkst du, was sehen wir für Preise, sagen wir bis Ende vom Jahr bei Bitcoin und Ethereum? Also erstmal bin ich total emotionslos, wenn ich die ganzen Sachen sehe. Ich versuche sie eben wirklich mit ein bisschen Entfernung mir anzugucken und das meiste wird halt alleine durch Emotionen gesteuert. Das haben wir zum Beispiel auch gesehen als Fidelity, diesen Spot ETF, genauso wie BlackRock den Antrag quasi zurückbekommen haben von der SEC und auf einmal ist der Bitcoin um 1000 Dollar innerhalb von Minuten quasi gefallen. Ja, da war einfach eine Menge Emotionen in dieser Sache drin und davon halte ich ehrlicherweise überhaupt nichts. Mir ist das vollkommen egal. Also es spielt keine Rolle, ob wir jetzt 1000 gefallen sind oder ob wir jetzt 5000 nach oben sind. Das macht überhaupt keinen Unterschied für mich, weil einfach ein langfristiges Ziel in meinem Kopf vorherrschend ist und ich persönlich glaube nicht, dass wir dieses Jahr einen Bullrun sehen werden. Ich bezweifle auch, auch wenn ich es mir wünschen würde, dass wir 24 schon einen Bullrun sehen. Meine Prognose ist immer noch, dass wir 25 erst einen Bullrun sehen. Dann haben sich im besten Fall diese ganzen Big Player etabliert. Die ganzen Produkte sind im besten Fall auf dem Markt, vielleicht nicht nur in Amerika, sondern eben auch in Europa, ein Spot ETF, wie auch immer. Und dann haben wir das Harving 2024, was eben, so wie wir es in den Harving Zyklen immer gesehen haben, erst nach einer bestimmten Zeit eben wirklich bemerkbar macht, wenn Meiner eben durch die Rewards und so weiter anfangen müssen, ihre Bestände abzuverkaufen und so weiter und so fort. Und meine Prognose ist dann eben auch wahrscheinlich sehr konservativ. Ich werde jetzt nicht mit einer Million beim Bitcoin um die Ecke kommen. Ich persönlich rechne immer noch und wünsche mir 100k beim Bitcoin, was ich für sehr realistisch halte. Das wäre von jetzt an ja auch mehr als mal drei, was auch extrem gut wäre. Und bei ETH liege ich dann so bei 10k circa. Aber im Bullrun meinst du? Im Bullrun, ja. Okay, ja. Nee, also Bullrun würde ich auch völlig unterschreiben, ja. Ich dachte, Ende vom Jahr wird es aber nicht 100k, ne? Ach so, nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein. Ach so, ja, Ende des Jahres, ja. Beim Bitcoin würde ich da wahrscheinlich so bei 50 mich einsortieren und bei ETH so bei drei, dreieinhalb circa. Ich glaube, das ist nicht unrealistisch. Ist aber auch immer total verbunden mit vielen verschiedenen Faktoren. Also das ist ja Prognosen, das ist ja Glaskugel und so weiter. Die hat meistens bei mir irgendwelche Signalfehler und so. Deswegen, da kann ja alles passieren. Also wir brauchen nur ein paar negative Nachrichten und auf einmal zieht sich der ganze Kram länger. Und wir bleiben bei den Momenten, wo wir gerade sind. Es können irgendwelche super positiven Nachrichten kommen und auf einmal sind innerhalb von, weiß ich nicht, drei Monaten die Werte schon überschritten. Wir haben es alles erlebt. Und deswegen ist der Markt so gut wie nicht prognostizierbar. Absolut, ja. Also es ist halt viel Spekulation. Das sage ich auch immer dazu. Also viele, weiß ich nicht, auch so, ich sage jetzt mal reine Trader, nicht jetzt alle, ne? Also ich spreche da nur von einigen, ich will es da auch keinen nennen oder so. Aber, also man kann halt das nicht vorhersagen, 100%. Du kannst natürlich immer über Monate profitabel sein. Aber wenn du nicht wirklich krasses Insider-Wissen hast und verschiedene Sachen kannst du halt nicht, es ist genauso, ich kann ja nicht wissen, ob es in vier Wochen um 18 Uhr donnert. Wenn es dann halt donnert, dann ist es so. Und wenn ich gesagt habe, die Sonne scheint, dann war es halt einfach falsch. Aber das sind halt Sachen, die kann ich nicht steuern. Und so ist es halt beim Trading auch. Also ich kenne auch viele, die sind profitabel beim Trading, die haben Millionen gemacht, alles cool. Aber ich sage nur, 90% der Leute haben halt nicht so viel Ahnung, wie sie vorgeben, dass sie sie haben. Und das ist halt oft so ein bisschen auch das Problem beim Trading oder auch jetzt bei solchen Prognosen, weil ich bin da völlig bei dir. Also ich sehe auch Bitcoin irgendwo bei 100.000 im Bullrun. Ethereum auch, 10, 12, 15, alles möglich, sage ich jetzt mal. Aber ich denke auch, dass die 100 dann halt wirklich so eine magische Grenze ist, wo wir dann halt extrem viel Auszahlungen sehen werden, wo wir dann auch nochmal vielleicht auf 70, 60 direkt wieder runtergehen, weil, was meinst du, wie viele Leute das im Kopf haben, die auch schon irgendwie seit 10 Jahren dabei sind. So die sind dann ultra rich. So die haben diese 100k drin oder 98, 97. So die cashen sich dafür für fünf Generationen aus. So und das dürfen wir nicht vergessen. Aber ja, also ich habe eigentlich so vorab, ja, so Mitte 90, Anfang 90 auf jeden Fall ein bisschen was zu realisieren. Das sollte man sowieso betreiben. Also wenn ich mir meinen Grundinvestment angucke, was ja jeder eigentlich protokolliert und dokumentiert haben sollte, dann sollte ich im Laufe des Bullruns, wenn die Zahlen kontinuierlich steigen, einfach überlegen, ob ich nicht, auch wenn wir noch nicht bei 90 sind, einfach schon mal sukzessive meine Bestände abverkaufe. Das heißt nicht 100 Prozent, aber einen Teil, damit ich zum Beispiel im besten Fall meine gesamten initialen Investments raus habe und auf einmal ist der emotionale Druck vielleicht auch gar nicht mehr da, weil ich habe alles schon quasi zur Seite geschafft und alles, was jetzt noch on top kommt, ist ja wirklich das absolute Schlaraffenland. Davon kann ich mir vielleicht mein Lambo noch holen und noch meine Uhr, also jetzt mal übertrieben gesagt. Genau, und was wir natürlich aber auch dabei nicht vergessen dürfen, meiner Ansicht nach, ist, dass wir eben nicht von Aktien sprechen. Bei einer Aktie ist es ja im Endeffekt so, dass wir ein Unternehmen dahinter haben mit einem bestimmten Geschäftsziel und da gibt es verschiedene makroökonomische Auswirkungen, alles mögliche. Ich denke nur zum Beispiel ein Beispiel an Japan mit diesem Tsunami, ist schon ein bisschen her, ich glaube 2014 und dann wurde das auf einmal richtig bemerkbar bei den Festplattenpreisen, dass eben die alle kontinuierlich nach oben gegangen sind. Also solche Verkettungen und die haben wir halt einfach hier in diesem Space nicht. Wir haben zwar auch Unternehmen, aber die haben halt keine physischen Produkte in der Regel, die sie eben anbieten und deswegen ist es umso schwieriger, da eben Prognosen abzugeben oder vielleicht auch im Trading-Umfeld bestimmte Dinge antizipieren zu können. Also dafür kriegt man auch viel weniger mit. Wir haben keine Generalversammlung oder irgendwas. Also als Aktionär darfst du da irgendwie einmal im Jahr dazukommen, darfst da kostenlos essen und trinken, aber das ist halt in dem Space nicht der Fall. Du kriegst nichts mit, außer du bist da halt wirklich involviert und dann bist du vielleicht auch im Insiderhandel schon wieder unterwegs und bist da in irgendeiner Grauzone unterwegs. Also weiß ich nicht, das ist ja, wie du schon sagst, ist sehr kompliziert. Safe, genauso wie du es sagst. Das sind genau die Punkte, warum man halt nicht, ich sage jetzt mal 100% da oder 99% profitabel sein kann, weil es halt einfach zu viele Faktoren gibt, die halt dagegen sprechen. Allein die Volatilität vom Markt ist halt schon mal eine ganz andere wie beim Aktienmarkt. Darf es nicht vergessen, wir haben überhaupt nicht diese Historie. Ich meine, am Aktienmarkt gibt es verschiedene, ich sage jetzt mal, Wall Street, sonstige Broker, die sind halt teilweise schon seit Jahrzehnten da am Start. Schau mal im Vergleich zum Kryptomarkt. Ich meine, da reden wir jetzt von, sagen wir mal, lass es 15 Jahre sein und mit der Auswahl, die wir jetzt haben, lass es mal 10 Jahre sein. Das ist schon nicht ohne. Das darf man halt nicht vergessen. Und ich meine, überlegt mal, ich meine, plötzlich ist jeder Trader. Die haben irgendwie gefühlt vor drei Monaten angefangen, Krypto zu kaufen, sind Trader. Das ist halt einfach Schwachsinn. Ich will damit jetzt keinen irgendwie blöd anmachen oder so, aber ich will euch damit nur sagen, macht die Augen auf. Viele machen das halt einfach aus einem bestimmten Zweck. Um Geld zu verdienen. Um Geld zu verdienen, ja. Schauen wir nochmal auf deinen Kanal. Ich meine, was sehen die Leute bei dir? Natürlich gerne vorab. Ich werde ihn natürlich auch im Titel markieren. Schaut sehr, sehr gerne vorbei. Macht sehr, sehr gute News-Videos rund um Krypto. Also jetzt erzähle ich schon, was du machst. Geh gerne weiter. Also auf jeden Fall guter Kanal. Könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Aber willst du noch was mit anfügen? Ja, sehr gerne. Also genau, natürlich sind das sehr, sehr viele News, die ich online bringe. Also tatsächlich täglich. Was ich so ein bisschen versuche, ist mehr Tutorials online zu bringen. Also leichter Klärvideos zu Hardware-Wallets und so weiter. Wir haben gerade in der Telegram-Gruppe über den Nerd-Miner gesprochen. So eine Art Lotto-Spiel, ja, mit irgendwie einem kleinen Miner, der eine sehr, sehr geringe Leistung hat und irgendwie zwei Watt ungefähr verbraucht. Also so ein bis zwei Euro im Jahr. Und dann hat man irgendwie eine höhere Chance, als im Lotto eben zu gewinnen, eben einen Block zu minen. Also genau, mit solchen Sachen beschäftige ich mich dann eben. Und was jetzt natürlich auch immer mehr kommt, sind eben Talks. Und da hoffe ich natürlich auch, dass du dann in der Zukunft auch nochmal mein Gast sein wirst. Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Genau. Das sind so die Inhalte. Hört sich auf jeden Fall gut an, ja. Spannend. Auch mit dem Miner. Was ist das genau? Das ist am Ende auch nur so eine Art Raspberry Pi, kann man sagen. Also nur anders, genau. Und den baut man dann letztendlich oder wirft auch nur Software drauf. Da ist halt nichts anderes. Das ist ein Minicomputer und damit kann man dann eben Mining betreiben. Und ich sehe das halt so, wenn ich jetzt wirklich diese 6,25 Bitcoin bekommen sollte, vor dem Harbing noch, dann nehme ich das gerne mit. Super. Dann sind wir eigentlich schon am Ende. War auf jeden Fall ein gutes Gespräch. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Und ja, freut mich. Schaut, wie gesagt, sehr, sehr gerne vorbei. Link ist auch in der Videobeschreibung, ist im Titel. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. In diesem Sinne, würde ich sagen. Dann haben wir uns auf jeden Fall wieder nächsten Montag. Macht's gut. Peace, peace. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.